So, Leute, wir sind wieder zurück, äh, wir steigen jetzt in diese Höhle hinab. Und ich hab Angst. Ach du Scheiße. Aber das ist, glaub ich, nicht so schlimm alles. Naja, stell dich da aber so hin, dass uns nur drei anregen können. Ah! Stell dich da in die Ecke. Stell dich in die Ecke. Eigentlich hättest du dich hier zu mir stellen müssen. Ja, egal. Go, go. Das ist ja richtig viel Erfahrung hier. Wie geht das denn nochmal mit einer Torch? Die kann man doch da reinpacken. Hier macht man die an. Ah! Und die brennt jetzt eine gewisse Dauer, ne? Ja. Das Looten war auch früher so anstrengend. Als das Auto-Loot, äh... Ich weiß nicht, wo man Auto-Loot anstellen kann. Ich weiß aber, dass das es gab. Auto-Loot ist ein illegales Programm. Ah, es gab aber, dass du nur rüberziehen musstest und nicht mehr Enter rücken musstest. Das kann sein. Welches Level seid ihr? Acht. Ich bin auch gleich acht. Ein Rottwurm? Krass. Ey, Rottwurms. Timo, take sie. Ja, mach doch. Siehst du das nicht? Doch. Helm, Helm, Helm. Ich kann keinen Helm mehr tragen. Ich aber. Ach nee, ich darf ja gar nicht vorlaufen. Egal, ich lauf vor. So nach links, ey. Das war früher auf jeden Fall schwieriger, das Spiel. Vielleicht hast du früher nicht so die Ahnung davon. Nee, ja, das wurde ja alles vereinfacht. Ich finde, das wurde alles vereinfacht. Timo, du musst vorlaufen. Hast du das Spiel so? Ja. Geh bei dir. Oh, jetzt wird's langsam. Nachher kommen noch Demon-Skeletten. Ja, dann müssen wir rennen, weil das kann ich noch nicht hängen. Ich glaube, das ist schneller als wir. Dann werden wir einfach tot. Bitte. Ja. Für die Leute, die das nicht kennen, das war die Melodie von Facebook, wenn sich bei der Zockerneid noch jemand angemeldet hat. Käse. Vielleicht hoffe ich, bald wird man schneller hier. Ja. Wenn ich sage, rennen, rennen wir, ne? Wir rennen! Oh fuck. Äh, ja. Warte, wir können das kiten. Ja, versuchen wir es. Nein, können wir nicht. Wenn ich... Ah! Wenn jetzt rankommt, tanke ich das wohl, glaube ich, für ein, zwei Mal noch. Äh. Da habe ich hinten. Ich habe Angst. Ich gehe auf defensiv. Ich gehe auf offensiv. Äh. Dann... Wir gehen einfach den Weg... Timo? No! Ja, ich tanke das gerade so ein bisschen. Du willst das, glaube ich, nicht tanken. Oh fuck. Wir kommen hier jetzt... Ah, okay. Das machen wir einmal, wenn wir ein bisschen höher sind. Ja, geil. 127 hat mich. So, wollen wir zurück in die... Ne, wie weit bist du von Level 9 entfernt? Neun Minuten. Okay. Hier ist irgendwo ein Rottwurm. Ach, ich mache mehr Schaden, ne? Deshalb. Ja. Ich bin jetzt wahrscheinlich... Level... Neun sofort. Ich muss nochmal bei den... Bei dir Auressa das sagen. In der Mitte? Hi. Ja. Decided. Äh... Und dann die Klasse, die du wählst. Also, ein Neid haben wir jetzt schon und ein Sorcer. Aber wahrscheinlich nimmst du auch Neid, oder? Soll ich nicht vorlaufen? Zwischen Paladin und Neid. Dann nimm doch Paladin. Ja, ich habe die ganze Zeit mit ein... Als Neid gekämpft. Paladin habe ich so überhaupt kein Skill drauf. Ja, nimm einfach Neid. Für dich ist sie die beste Klasse Neid. Ja, auf die Fresse bekommen ist immer gut. Ja, ich kann nicht mehr füllen. Ja. 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 Da habe ich so das ganz dumme Gefühl, dass da gleich... ... noch so ein böses Skeletten kommt. Na, er kommt nicht. Oh. Ist das was für dich? Arm 4. Arm 4. Der Helm. Du hast auch Arm 3 wahrscheinlich, ne? Arm 5 habe ich. Achso, dann nehme ich den. Gut. Okay. Äh. Okay, ich habe diesen Head Arm 3, aber der wiegt halt nichts. Das ist halt das Gute. Ich will zu uns jetzt wieder in die Stadt, äh, und... ... gucken, ob ich schon irgendwelche Room Spells, äh... Ähm, wo muss ich jetzt hin? Ich bin mit der noch an Reden, ich habe meine Klasse gewählt. Ja, dann ist da so ein Türen. Wenn du Knight gewählt hast, dann nimmst du die dritte Tür. Ah. Ja, und ciao. Ciao. Ich gehe mal zurück, dann, dass ich dir die Erfahrung kenne, auch noch. Ja. Ich gehe mal zurück. Ich gehe mal zurück. Okay. Okay. Alter, ich werde schneller laufen können, Timo. User left your channel. Weißt du noch, wo die Sorcerer-Gelde war? Nee, ich habe nie Sorcerer gespielt. Irgendwie ist das doch ein cooler Spiel. Wie mag ich das? Das ist halt so chillig, ne? Auch wenn mir schon alles weh tut. Meine Hände, weil ich die Pfeiltasten benutze. Mein Kopf, weil ich heute schon sechs Stunden Headset auf habe. Ich muss jetzt, glaube ich, Runen machen. Die ganze Zeit. Ich muss mir die leeren Ruhen kaufen und da volle Ruhen raus machen. Und dann kann ich die entweder verkaufen oder benutzen. Kann man da auch irgendwie sich die Weltkarte angucken? Nee, na? Weiß ich nicht. Ja. 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 Ich sehe den Klabel 15. Ist das hier? Wolltest du die Aufnahme abstellen? Jetzt haben wir glaube ich schon sehr lange, oder? Ja, ich habe ja eine zweite Folge gemacht. Okay, ich weiß gar nicht, was das alles ist. Aber ich glaube, das war ungefähr in der Nähe vom Depot. Aber Leute, wir wollen euch jetzt nicht länger langweilen. Das ist der erste Schritt, den man in Tibia geht. Level 8 machen, dann in die Mainwelt kommen und dann die Hauptwelt erkunden. Hier ist ein Level, keine Ahnung wie hoch, 200 oder so. Ja, und da wollen wir irgendwann hin. Dann haben wir kein Leben mehr, keine Hobbys, keinen Beruf. Anderer spielen wir sowieso nicht. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020